Ja, ich denke doch schon, genau. Hopps, öch ja. Sprungphysik. Aufladen, danke. Reicht. Jetzt kommen wieder die Fliegeknubbel, die nur mit Raketen gehen. Okay, die Sprungknubbel, verzeihung. Bom, und einer noch, oder? Ja. Bom. So, das Ganze geht auch in Ruhe und durchorganisiert und cool. Hi, Wichsknubbel. Ich geh mir jetzt dein Zeug klauen, Wichsknubbel. Und, oh, was wird das tolles. Was wird das leckeres? Ein Beam, ein Sprung. Und, und, und. So ist es schon. Super, Mr. Gut, macht Sinn. Bei den vielen grünen Türen überall, die sind jetzt kein Hindernis mehr. Grün ist jetzt eine schöne Farbe. Keine hässliche Scheißfarbe mehr. Zum Beispiel direkt dort rechts von uns können wir dann jetzt gleich aufmachen gehen. Hm, nyum, nyum, nyum. Warum soll ich hier hin zurück? Ich bin doch eh ausgesperrt. Schaut. Geh du weg, geh du weg. So. Warum ist da offen? Warum ist da... Hä? Hä? Okay. Verstehe ich da nicht ganz, was es soll, aber ist egal. Wird schon recht sein. Okay, dann hier wieder durch. Ja, ist aber übertrieben. Jetzt überall grün aufmachen gehen. Das Spiel schickt mich von A nach B. Und wenn ich in B dann was gefunden habe, dann kann ich es in A anwenden, um C zu öffnen. Wo ich etwas finde, das ich in B wieder benutzen kann, um D zu öffnen. Was mir den Weg nach A wieder zurück öffnet. Aber von hinten... Ah, Metroid. Das ist doch genau die Essenz von Metroid. Ja, es wird doch nicht der Trick von einem verlangt, dass man so pixelgenau springen und mit einer Supermissile hier so ballern kann. Das geht im normalen Spiel. Dass man die Dinger von der falschen Seite öffnen kann. Das geht. Aber ich habe es noch nicht geschafft. Ich habe es nur schon gesehen. Ich hoffe doch mal, das wird nicht verlangt. Denn ich kann es nicht. Ich versuche es jetzt. Ich habe eh nur zwei Supermisses. Und wenn ich einen Container finde, werde ich wahrscheinlich auch nur eine oder zwei wieder da zurückkommen. Hallo? Stirb mal. Niemand will dich. Meine Mama hat gesagt, du bist dumm und hässlich. Ich soll dich mitnehmen. Also. Bin ich jetzt wieder verkehrt? Ne, stimmt. Da oben war die grüne Tür. Dort will ich hin. Aua. Aua. Oh. Verändert. Wall Jump Physique. Alles verändert. Und... Oh. Und direkt wieder ein Item da unten. Bestimmt nur ein Container. Ich kriege keine zwei wichtigen neuen Items. direkt so aufeinander. Aber... Container. Hey. Egal welcher es ist, er ist... Holl. Hallo. 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 Was? Was hat der an Schaden... Oh, fricken. Ähm. Wo komme ich raus? Hier am Speicherpunkt. Also komplett wieder runter. Äh. Ich erspare uns beiden das mal kurz. Zurück, zuck, zuck, zuck. Bum, bum, bum. So. Dann machen wir hier... Einen neuen Safe-Safe. Was ist das? Oh Gott. Hallo. Ich bleib mal, glaub ich, hier. Hier bin ich... Hoffentlich sicher. Komm mal rüber. Komm. Komm mal rüber. Ja. Oh gut, ist okay. Dann komm hier so rüber. Kann ich... Ja, es müsste gehen. Es müsste funktionieren. Komm, komm, komm. Ha. Ha. Es funktioniert. Ha. Hehehe. Kleiner Pissknubbel. Knubbel, Knubbel, Knubbel. Nein, nein, nein. Angst, 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 Angst. Bist kein Pissknubbel, alles. Du bist doch ein Pissknubbel. Oh, nein. Oh, nein. Du bist... Bist du einer oder nicht, entscheide dich mal. Ich weiß es nicht. Ich bin mir nicht schlüssig, ob er ein Pissknubbel ist oder nicht. Äh, wenn ich damit treffe, müsst es heftig wehtun für ihn. Noch. Bitte stirb, bitte stirb. Oh, scheiße, ich hab nicht genug. Oh, fecken, oh, fecken. Ich erneuere den Speicher. Punkt. Ich hab das hier geschafft. Und bitte, bitte schnell. Schnell, schnell, schnell. Was? Powerbomben? Ihr verarscht mich, ihr Wichse. Oh, ihr Wichse. Oh, ich hab keine Rakete mehr, um die Tür aufzumachen, um so rauszugehen. Oh, verdammt. Aua. Boah. Och, seid ihr so fiese Wichser. Bittet einen grünen Knubbel-Aufladepunkt. Sofort. Nein. Wo ist ein Knubbel-Aufladepunkt? Nein, du bist kein Knubbel. Du bist ein Arsch. Ah, Zeug. Ich brauch Zeug. Ich brauch dringend Zeug. Ganz, ganz dringend. Oh, Mann. Oh, Mann. Wie gemein. Das ist noch so kurz jetzt, das Aufladen, deswegen mach ich das onscreen. Wenn ich später mal zehn Tanks hab und so scherze und tausend Misses und so, dann mach ich das offscreen. Dann sag ich, ey, ich lade jetzt mal schnell auf und dann mach ich das hier fünf Minuten lang. Und dann, das wollt ihr ja nicht sehen, wenn es noch länger ist als so. Das hier wird ja schon zu lang. Das wird ja mir schon zu lang. Und dann wird es euch erst recht zu lang. Aber gleich haben wir es geschafft. Wir sind fast voll. Zweimal 20er Energie. Noch einmal 20er Energie. Und wir sind voll. Gehen weiter. So, grün. Wir können grün aufmachen. Wo ist überall grün? Also, dort unten war die verkehrt grün. Dort oben, dort oben war noch grün. Ich will dort oben wieder rein. Dort war grün. Wichser. Wichser. Und zwar... Hui! Hier oben. Ja. Ich glaub, hier gab's die Raketen zum ersten Mal, oder? Ach, ja. Hier schon wieder. Ja, ich hab's verstanden. Ja, das Baum hältst du mehr aus als eben. Neuer Beam wäre aber echt auch lecker. Denn etwas stärkere Offensivkräfte, die nicht munitionsbedingt sind, wären angenehm. Ein neues Gebiet tut sich uns auf. Können wir hier was tun? Ich hab Angst. Rolldumpf haben wir. Wir kommen da wieder raus. Hier ist aus, dass es immer kriegt. Mhm. Mhm. Da ist was gesprungen. Das war bitte ein kleiner Knubbel, oder? Das war kein großer, ne? Ich hab's nicht geschaut. Ich hab's nicht genau gesehen. Bitte nur ein... Du bist... Du bist ein kleiner Knubbel. Kleiner Knubbel. Kleiner Tarnknubbel. Aber trotzdem. Okay. Das sind ein ganzes Nest kleine Knubbels. Die kommen immer wieder nach. Das ist nicht ganz so schön, denn ich hab... Keine Quelle für Raketen, die dann immer wieder nachkommen. Da ist zu. Da geht's hoch. Speicherpunkt. Da oben wär noch ein Item. Mal hier speichern und dann nach dem Item schauen, bevor ich in die Tür gehe. Irgendwas riecht hier nach Crate, finde ich. So ein Stück. Hopps, hopps, hopps. Ja, geh weg. Ich hab nicht so viel Militär für dich. Hier sind die Bombenknubbelwichser. Aber wir haben ja Bomben. Ähm... Du kommst doch zurück, oder? Ja. Gut. Das ist gemein. Das ist jetzt echt gemein. Ja, komm zurück. Boden. Du super Boden. Komm zurück, zurück, zurück. Und nicht noch mehr. So wie ich den Hack kennenmache, die Dinger bestimmt ekelhaft schaden. Würde ich mir vorstellen. Deswegen... Nehme ich nicht die zeitsparendere Variante, dass ich einfach hingehe und sage, Ja, ist okay. Hängt euch halt alle abendlich. Und dann gehen wir halt schnell hier durch. Und dann mache ich euch auf der anderen Seite alle schön zehn Stück mit einer Rakete kaputt. Nee, ich bin wahrscheinlich schon nach zwei Millimetern im Arsch. Das hätte ich wahrscheinlich auch irgendwie anders ballern können. Aber... Nee, nur mal sicher. Ich bin schon fast an meinem Item. Ich bin schon im selben Kartending. Und zwar... Raketen. Komm ich da auch wieder raus? Ich muss da jetzt nicht ganz schnell Bombjumpen, dass ich wieder hochkomme, oder? Weil ich ansonsten in den Stachen klebe, oder? Och, fickt euch doch. Scheiße! Hm. Bopp, 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 bopp. Mist, fast. Scheiße, wie mache ich das? Die Stacheln tun zu weh, oder? Die Stacheln... Die Stacheln hier tun gar nicht weh. Ich bin mir unschlüssig. Oh, 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 oh. Scheiße! Nein! Ah, verdammt. Verdammte Axt. Ja, ist okay. Bopp, 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 bopp. Ähm, hier. Mal ohne die Stacheln eben berührt zu haben, funktioniert das bestimmt. Ups! Und ups! Und nach rechts. So. Jetzt fehlt uns zwar Leben, aber wir haben mehr Raketen. Ich speicher es wieder ab. Ich speicher es wieder? Ne, ich speicher es nicht. Weil die Speicherpunkte ja nicht funktionieren, wenn man sie schon benutzt hat im selben Raum. Die müssen sich ja erst resetten. Hier ist kein Hochkommen mit Rolljump. Ich möchte bitte sicherheitshalber zuerst speichern. Ich habe Angst. Aua. Grüne Knubbels wären jetzt toll. Ich müsste aufladen. Viele, viele grüne Knubbels, bitte. Ein Knubbelnest. Du bist kein Knubbel, du bist scheiße. Ihr seid beide scheiße. Geh weg. Knubbel, aufladen. Hopps, hopps. Ja. Ja, das sieht noch alles. Was ist hier? Opsa, ja. Hier ist Speed. Diagonaler Schein-Spark. Okay. Das wird noch interessant. Das wird noch lecker. Warum bist du so langsam? Warum hat mir eine Super-Missile gefehlt? Ich kann mich gar nicht erinnern, die benutzt zu haben. Oh, gut, dass der weggesperrt ist. Hopps, hopps, hopps. Ach, Mann. Schon wieder nicht. So. Warum ist der Knubbel hier nicht weiter? Ach, ich verstehe die Knubbel-Logik manchmal nicht so richtig.